Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo bezüglich eines Minecraft-Projektes, wo ich dabei bin. Und zwar geht es um ein Fan-Made-Craft-Attack vom Tirol, Link in der Beschreibung, namens Tire-Attack, welches nicht nur für die großen YouTuber und Streamer ist, sondern auch für die kleinen. Start ist der 6.12., ersten Stream wird es von mir aber voraussichtlich am 7.12. geben, sofern nichts dazwischenkommt. Natürlich auf twitch.tv slash drtstyle, Link natürlich auch in der Beschreibung. Wenn alles klappt, werde ich jeden zweiten Tag streamen und jeden darauffolgenden Tag die Stream-Highlights vom vorherigen Stream hochladen. Aber kommen wir nun zu den wichtigen Dingen. Euch! Ihr wollt mitmachen? Dann passt auf, denn alle teilenden YouTuber und Streamer haben die Möglichkeit, White Cards zu verlosen. Natürlich nicht endlos viele, anfangs werden unter allen Teilnehmern wöchentlich 8 White Cards ausgeteilt zum verlosen. Das kann sich im Laufe des Projektes aber noch ändern. Du bist bereit zum Projekt und hast eine White Card gewonnen? Ja, dann Glückwunsch! Du hast nun die Möglichkeit, diese weiterzugeben an Freunden, Bekannten oder sonstigen, die Minecraft spielen. Soviel dazu. Ich bin schon mega gehypt und freue mich auf jeden Zuschauer und Mitspieler, um neue Kontakte zu knüpfen. Ich habe auch schon eine Idee, was ich bauen will und das gibt es dann auch zu sehen im allerersten Stream. Aber das wäre es erstmal von mir. Alle weiteren Infos erfahrt ihr zum Start des Projektes. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung im Kommentar da und da bleibt mir nur noch zu sagen, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal!